Wir, das Team der Heinze Bestattungen, stehen Hinterbliebenen regional als auch überregional hilfreich und zuvorkommend zur Seite. Als modernes wie auch traditionelles Unternehmen arbeiten wir stets zukunftsorientiert und nehmen an jährlichen Weiterbildungsseminaren teil. Mit unserem Sohn Justin arbeiten wir nun bereits in der zweiten Generation. Es ist uns wichtig, sie informativ zu beraten und als Mensch in den schweren Stunden zu begleiten.